Es war ein super Jahr und krönender Abschluss dafür. Super Ergebnisse gehabt von anderen Sportlern und Sportlerinnen. Von dem her freue ich mich sehr. Der zweite Platz ist natürlich sehr gut. Ich hätte es nicht gedacht, weil in Vorarlberg sind natürlich sehr viele Sportler von sehr vielen Bereichen. Und hinter dem Julian, das ist natürlich eine super Platzierung. Das finde ich sehr, sehr schön. Natürlich komme ich so eine ganze Rangsportart und ist einfach nicht so populär. Und vor allem habe ich trotzdem, dass ich auf einen zweiten Platz komme.